Also, Mädels, wollen wir anfangen? Los geht's! Oh, schaut mal, ich hab jetzt eine neue Farbe. Blau steht mir gut. Und meine Farbe ist schwarz. Ich liebe es. Oh, wow, rosa ist meine Farbe. Wie toll, Mädels. Ich glaube, es wird Zeit für eine neue Farb-Challenge. Oh, wow, ist ja cool. Wir haben so große Flaschen mit verschiedener Art von Leckereien. Ja, ich hab ein Gelee mit Hubba-Bubba-Geschmack bekommen. Da freu ich mich schon. Ich quetsch schön viel aus. Mh, wie lecker. Und jetzt mach ich eine große Blase. Wow, schaut euch das mal an. Das ist ja keine einfache Blase, es ist ein Ball. Lass uns damit spielen. Oh, das macht so viel Spaß. Oh nein, das Ding fällt gleich hin und platzt. Gut, dass ich einen Regenschirm hatte. Ja, der hat uns gerettet. Okay, Miley ist fertig. Jetzt bin ich dran. Oh, wow. Das sieht ja appetitlich aus. Mh, wie lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Oh, das war's auch schon. Ups. Ich glaube, ich muss rülpsen. Oh, wie ekelhaft. Tut mir leid, Mädels. Oh, und außerdem hab ich jetzt blaue Zähne. Passen die zu mir? Na, ich weiß ja nicht. Jetzt bin ich dran. Mh, Bobrocks Geschmack. Was könnte besser sein? Danach hab ich sicher ein Feuerwerk im Mund. Oh, na, was hab ich gesagt? Das ist so lustig. Mh, und je mehr ich davon esse, desto größer wird mein Feuerwerk. Mal sehen, wie groß es sein kann. Oh, wie lecker. Oh, oh. Gleich kommt was Grandioses. Oh, wie cool. Das war mega toll. Mh, Mädels. Ich glaube, die Kisten liegen falsch. Komm, wir tauschen alles. Mal sehen. Wow, ich hab ne blaue Pizza. Äh, ist die vielleicht tiefgefroren? Äh, und meine ist wohl verbrannt. Muss ich das etwa essen? Oh, und ich hab einen Donut bekommen. Aber das ist doch keine Pizza. Irgendwas ist hier seltsam. Sophie ist die Erste. Okay, dann werde ich die Pizza wohl selbst auftauen müssen. Das mach ich einfach mit meinen heißen Händen. Na, gefällt euch das? Haha, das ist ein echter Ofen, den ich hier habe. Mh, und jetzt probier ich die Pizza. Riecht einfach cool. Oh, wow, wie lecker. Und so viel Käse. Und Salami. Ich liebe es. Oh, Mann, Mädels. Ihr habt so große Pizzen? Und ich hab nur einen kleinen Donut. Ah, ich hab's. Ich weiß, wie ich daraus eine Pizza machen kann. Schaut mal. Ich hab mir einen Flappendonut gemacht. Probieren wir mal. Mh, das schmeckt so gut. Ja, das ist einfach mega. Und außerdem war die Idee einfach genial. Tina, du bist dran. Äh, nein, ich will das nicht essen. Na, los, mach schon. Womit hab ich das verdient? Wie geht eine Pizza mit Kohle-Geschmack? Sowas hab ich noch nie probiert. Das ist einfach mega eklig. Irgendwie ist mir nicht gut. Nach einem Stück ist dir schon schlecht? Ist das wirklich so schlimm? Ja, total. Außerdem bin ich jetzt total dreckig. Das kannst du laut sagen. Mädels, schaut mal. Noch ein paar Leckereien. Diesmal hab ich so eine Art Getränk. Ich will das sofort probieren. Schon wieder was Leckeres? Aber wieso hab ich eine Chilischote? Und ich hab einen Lollipop. Ist ja süß. Und wahrscheinlich auch noch lecker. Oh ja, gefällt mir. Kannst du mir auch was geben? Aber natürlich doch. Hier ist nur noch die Blume übrig. Bitte sehr. Äh, ist aber total voll gesabbert. Aber dankeschön. Hm? Nee, ich werd lieber meine Chili essen. Ich muss mich zusammenreißen und was abbeißen. Mädels. Gleich wird was Schlimmes passieren. Ah, ich brenne. Mädels, rettet mich. Bitte, bitte. Ah, gut, dass ich diese Flasche hier habe. Damit kann ich dein Feuer löschen. Puh, mir geht's besser. Vielen lieben Dank. Du bist die Beste. Gern geschehen. Und jetzt probier ich mein Getränk. Ich hab aber leider nicht mehr viel übrig. Aber das macht nichts. Hauptsache, ich trink das noch. Ah. Oh, nee, das ging daneben. Jetzt bin ich total nass. Aber dafür bist du genauso süß wie deine Limonade. Das stimmt. Oh, Mädels, schaut mal. Ich hab einen Zuckerhasen. Was für ein lustiges Gesicht. Und ich hab einen Handventilator. Mh, mit Süßigkeiten. Wieso habt ihr was Süßes und ich hab eine Toilette? Wobei, das ist ein Lolli. Oh, und der ist mega lecker. Ich frag mich, was da drin ist. Oh, so eine Art Pulver. Oder Streusel. Mh, schmeckt mega gut. Ist ja toll. Oh, den Rest des Pulvers werd ich auch noch aufessen. Boah, mega, mega lecker. Ups. Ich glaub, ich hab mich verschluckt. Du siehst ja lustig aus. Ich bin einfach ein bisschen blau geworden. Lach doch nicht so. Na, endlich kann ich mein Bonbon probieren. Ui, das sieht ja richtig toll aus. Mein Lolli dreht sich auch noch. Das ist mega bequem. Oh, aber wenn ich meinen Lolli zu schnell drehe, wird das alles viel zu heiß. Gut, dass ich einen Ventilator habe. Gleich werden wir deine Zunge abkühlen. Oh, jetzt geht's mir wirklich besser. Dankeschön. Und jetzt werd ich meine Bonbons probieren. Alle auf einmal. Mh, mega lecker. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi tschüss. Bis zum nächsten Mal.